Herzlich Willkommen zu The Division mit Revanu und dem Onkel von Gamerscheck.fp. Ich wollte noch mal was zu Crazy Freaks Zuschauern sagen, die gerade bei Gamerscheck.fp und vielleicht von Gamerscheck mal rüberschalten auf Gamerscheck.fp I'll be back! I'm back, so würde ich sagen. Crazy, wir müssen jetzt die Mission nochmal machen, wir sind ja gerade gescheitert, zumindest an dem Abschnitt. Ja, 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 wir haben ja hier total abgelost. Ach cool, aber der Loot ist noch da. Ist alles noch da, ja, wir fangen wieder an. Ja, die Gegner sind sozusagen weg. Weg? Ja, jetzt kommt nur noch der Rest. Ne? Wie ich das sehe. Nee, das sind wieder die gleichen Gegner, aber der Loot von vorhin, der liegt... Nee, aber... Ja, aber das sind jetzt nur noch die restlichen Gegner. Der hat mich geknüppelt. Danke. Das ist inzwischen Zeit hell geworden. Alter! Hier ist einer gespawnt, genau neben mir die Sau. Oh! Oh, ich bin tot! Hilfe! Was machst du denn? Alter, was geht denn hier? Bleib hier! Oh, ich bin auch tot! Was machst du denn? Ich brenne! Danke! Den Onkel heilen! Ja, 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 ja! Oh, Alter! Alter, aber die mich verarschen! Also die Jungs hier, die sind äußerst instabil. Instabil? Instabil? Ich kann mich grad nicht bewegen, ich häng' fest! Boah! Geh weg! Gott sei mit uns! Okay, ich muss nachhören! Flash! Boah! Weitere Feinde nähern sich ihrer Position! Weitere Feinde noch! Na, klasse! Der Onkel, da hat er gesagt, lass uns gleich mal schwer machen! Habt ihr das alle wissen? Nein, das ist ganz falsch! Ihr habt dafür entschieden! Ich hab gefragt! Aber ich muss sagen, es macht doch viel mehr Spaß, ein bisschen Herausforderung zu haben! Ja, auf jeden Fall! Die an den Sandsecken, die sind nervig, nur die zwei da oben! Au! Ah, von der Seite! Hilfe! Ich werd geknüppelt! Ach, klar! Hier ist ein Knüppelmann! Hm? Hau dich! Komm! Ich komm' durch! Nee, ich hab dich doch nicht! Hehehehe! Onkel, warte! Oh, Knüppelmann! Oh, Knüppelmann! Oh, was ist denn hier los? Der Schläger hat mich getötet! Ja, er liegt jetzt seit, und da können wir auch nochmal einfach Kreis drücken! Eieieiei! Eigentlich hat der Schlägermann komplett getötet! Ich wollt' zu euch kriechen, und auf einmal hat er nochmal zugehauen, und dann tot! So, jetzt nochmal! Jetzt reicht's aber! Warte, aber ich mach' mal ganz schnell... Ich wechsle mal schnell meine Waffe! Und ich hab' da ne neue... Verstanden, Agent? Da geht rein! Haben wir ja eigentlich schon gehört! Und ich tu' mal die Waffe wechseln! So! Achtung, Knüppelmann! Hahaha! Geil! Alter! Geil! Also, das ist... Definitiv müssen wir hier taktischer vorgehen, wenn wir... Boah! Ja, der Knüppelmann hier mit seiner Basie! Nicht vorrennen und sowas! Ja! Warte, ich schmeiß' mal ne Granade da hin! Yeah! Aber die sind auch nicht blöd, ne? Die wechseln auch nicht... Hör auf, die haben Feuer dran! Ne, das waren... Das waren fast... So! Wie crazy könnte es sein, dass du ein bisschen weg bist vom Mikrofon? Dann bist du ein Schleißer geworden! Ich? Nö! Nö! Ich bin genauso wie vorher auch! Und ich hab' auch hier... volle Möhre ausstrahlen! Ihh! Du wolltest mich reingrennen! Boah! Runter! Runter! Nein! Scheiße! Ich bin hinter dir! Crazy! Ja, ich bin schon dabei! Ich hab' schon gesehen! Oh! Geh' in Deckung! Also hier muss man echt gut aufpassen, so! Achtung! Die schritten gleich ne Spiele vor! Boah! Fast schon wieder tot! Also Pistole ist echt am effektivsten bei denen, die weiter weg sind! Irgendwie! Aber die hat mehrere Schüsse gleich nacheinander! Ja, stimmt! Ganz! Ja, ganz! Ja, ganz! Und dann abweichen Rübe! Ja, die sind ja auch nicht blöd! Ne! So ganz blöd sind sie nicht! Okay, also wir müssen definitiv mehr absprechen, wo wir hingehen! Bei den schwereren Missionen! Ja! Also bei den schweren Missionen! Also wenn wir schwer einstellen! Ja! Der ist Matsch! Alter, das gibt's doch nicht! Da kommen noch mehr! Ja! Da oben sind auf jeden Fall Big Bosse, du! Was wir auf jeden Fall aufpassen müssen, ist Salzen! Salzen schießen! Ich werde jetzt erstmal die da oben bisschen unter Sperrfeuer nehmen! Hier nur den Sandsäcken, ne? Mach ich auch schon die ganze Zeit! Schön! Oh! Meine Waffe ist alle! Oh, verdammt! Ich muss zurück! Wow! Oh! Ach, du hast die Salto gemacht! Ja! Ja! Ich steck immer die falsche Taste! Das geht mal im Sack! Ich muss meine Waffe wechseln! Ich hab nämlich... keine Munition mehr! Ja! Da musst du welche holen! Hier liegt ja überall Luke rum! Immer schön auf den Kopf, meine lieben Freunde! Wir kämpfen hier nicht gegen Profis! Nicht gegen Profis! Ah ja! Alter, von wo beschießen die mich denn? Ich geh hier voll immer gleich sein! Ah, voll einen erwischt! Jawohl! Gut, dass Sie auf unserer Seite sind! Schlag den Abtraum zurück! Oh man! Okay! Alter! Ja! 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 Ich hab noch ne Kaline aufgeworfen! Ich hab noch ne Kaline aufgeworfen! Ich hab noch ne Kaline aufgeworfen! Da oben! Ich hab nix gebracht! Ich bin hier ganz rechts! Ganz rechts außen bin ich! Ich schrie jetzt mal vor zu diesem komischen Felsding da! Verölte da komischen Steinmauer! Oh ich hab hier nen legendären Loot! Weiche Doppeljacke! Ja! Ich war voll im Arsch! Ich war voll im Arsch! Man wechselt dir denn nicht! He? Achschoh, doppelt! Doppelt! geschüchtert ja aber wer hat voll viel Energie alles grüner Loot geh weg feindemannmarsch was ey wer macht denn so haut rauf haut rauf oh haut rauf mal eben auf so einen Rambo nö boah scheiße helft mir wo bist du nicht eng noch ich wollte ihn verprügeln oh scheiße ja ihr könnt mich glaub ich wiederbeleben oder nein Hilfe 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 Knüppelmann oh nein seid ihr beide tot ich bin grad weggesprungen oh nein ach scheiße ich hab mich jetzt echt gefragt warum wir weiter da hochhüpft zu dem Typen der wollte umhauen aber in der anderen sind bei einem Schlag gestorben wie viel Energie der gehabt hat egal die anderen ich hab die vorher auch geschlagen die sind sofort tot umgefallen mit voller Lebensenergie selbst mit Schild aber das müssten Bosse sein oder so die haben auf jeden Fall fünf sechs Schläge ausgehalten das ist auch ein Boss das siehst du doch an den Balken ja die anderen hatten auch einen Balken und sind sofort umgefallen ja aber einen anderen Balken vor uns hat sie sich schon mal probiert und das deswegen so ist es nicht so ist auch drauf prügeln okay aber obwohl es nur so ist okay okay ich werde schon geschossen Ich bin tot. Was? Achso. Ach, ich bin wieder da. Warte auf Wiederbelebung. Hä? Wo bist du denn? Ich lieg hier. Ich lieg hier. Ich lieg hier. Warte auf Wiederbelebung. Vielleicht kannst du doch... Ne, glaub ich nicht. Mein Gott, Rewano. Hilfe! Oh ey. Alter, was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich bin bewusstlos. Was ist das? Ich komme. Ich komme. Wie geil. Wie du kommst. Ray, wo bist du denn? Ja, ich komme. Wir haben dich gesucht. Ja, ich komme. Komm hin. Aber du bist gleich tot, wenn du nicht kommst. Da, steht er. Komm, beleib mich. Beleb mich. Ja. Hau doch nicht drauf, was ist denn los? Er kommt und stirbt. Oh, Leute, wo bist du? Also wenn wir jetzt hier nicht... Ich lieg hier rum. Hier unten dort. Komm her. Ja, keine Ahnung. War jetzt ein Fehler. Wir waren nicht alle da und äh... Doch, Alter. Komisch. Also wenn wir jetzt hier nicht ordentlich Loot kriegen, leider. Pass auf, nachher kriegen wir nur irgendwie ne Pistole oder sowas. Alter, dann würde ich jetzt aber abkürzen. Ach, wir fangen jetzt wieder von vorne an. Ja, gut so. Aber alle Eingänge sind blockiert. Okay, bitte diesmal. Bleib zurück. Das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten. Ich war zurück. Ja, der war nur nicht den Scheiß da gemacht. Ja, ich hab gesagt, da war nur noch einer. Da kommen auch immer 100 Stück. Nein, das sagt die ganze Zeit, da kommen neue Gegner. Da kommen neue Gegner. Wenn du dich da hoch gerankt wärst, dann wär das gar nicht passiert. Also dann hätten wir es vielleicht noch geschafft. Ja, ja, ja. Da war so einer mit dem Knüppel. Dann geh doch zurück und dann auf den Zug. Ja, der muss tot. Der verbrügeln. Ich hab gesagt, da kommt zu mir der Kiebelmann. Hau drauf. Hau drauf. Ja, ey, wo? Der wird so geknüppelt, der Junge. Oh, alter, was? Ich hab einen Schuss abgekriegt und schon im Arsch. Bleib zurück, die kommen auf uns zu. Ja. Oh, alter, was? Wartet. Ja, schön, schön, ja. Wunderschöne Arbeit. Lass die kommen, die Schweine. Das ist schon viel zu weit vorne. Hä? Ihr seid ja auch hier vorne, oder? Ne. Ach ne, das ist die KI gewesen. Ach so. Hau. Oh. Oh. Erhumpelt, erhumpelt, erhumpelt. Schieß, 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 schieß. Vielleicht nicht mehr. Jawoll. Ja. Ich hab grad Abel hingeschmissen. Ja. So, jetzt hau ich mit der Pistole auf die Bosse da hinten. Was sind das hier eigentlich für Bauarbeiter hier? Die KI, die hier mitschießen. Die sind aus wie Bauarbeiter. Ne, die haben ein Polizisten-Outfit an. Irgendwie aus wie Bauarbeiter, weil dieses Orange ist wie so ein Bauarbeiter. Also wir können die Bosse von hinten töten. Guck mal alle zu mir hoch. Und mit Pistole und endlich Schuss. Ach guck mal, was er gemacht. Er kämpft. Ja klar, der ist schon fast tot. Guck mal. Ah, wir machen, wir strengen uns voll an, weißt du. Jetzt ne Sniper, Alter. Der hat immer die große Klappe, ne? Jetzt ne Sniper, ne? Ja, mit Pistole geht, ne? Ja. Dann nur 53 Schaden, aber du siehst wie sein Gesicht die ganze Zeit wegflattert. Ja, aber besser als mit dem MG, ne? Oder... Und weg ist er. Bäm. Oh, meine Fresse. Geile Camper. Hehehehe. Oh, da kommen noch mehr. Nein, da kommen schon wieder Null. Oh Gott. Knüppelsack. Oh. Und der brennt. Der kommt zu Onkel, Onkel. Pass auf. Oh, wir sind hier überall Granaten schon wieder. Wo ist der? Alter. Oh, ich bin mal bitte zurück. Knüppel! Hilfe! Ich brauch Hilfe! Wo bist du schon wieder? Geh aus dem Schussfeld! Oh, Alter! Äh! Der Onkel. Was ist der Onkel? Hier, helf mir mal Onkel! Ich hab gesagt, geh weg und du kommst zu mir hin! Ja, bin ich doch zu dir! Du solltest weggehen! Rette mich! Ich mach zwei Kippelmänner an mir! Hilfe, Mami! Ah! Ich komm, ja! Boah, mein Arsch, der muss... Oh, der lebt noch! Bobby! Ja, tu! Oh, gut! Boah, Alter, ich hab keine Energie mehr, ey! Boah, da kommen noch mehr! Achtung! Boah, der Schwierigkeitsgrad ist echt Bombe, du! Macht doch Spaß! Ja! Aber wirklich! Ey! So! Ich mach wieder einen auf Camper-Position! Muss ich nachladen? So, du Sackgesicht! Hast du aller Lüster weg! Geil! Der lebt ja! Ja, tot! Was ist das? Ich hoffe es! Wo sind wir, wenn sie loot hin? Der loot ist weg! Unsere Cops leben auch noch! So, ich guck mal ganz kurz in meine Waffen, in meine Sachen rein, weil ich hab einiges eingesammelt! Ne, da... Achso! Ah, hier hast du eine neue Waffe! Ach doch, hier oben ist was! Hier oben! Schützende Schoner hab ich ein bisschen bessere! Gegnern anmarsch! Quasi, pass auf! Okay! Ah! Falsche Taste! Oh, ne ganze Haufen wieder! Ich, ich geh jetzt wieder auf so ne Camper-Position! Oh, die haben mich schon getötet! Scheiße! Komm ich mal marschlich! Zwei Schuss, ey! Ist einer von euch da? Ja, hier hinten! Komm zurück! Ich bin bei dir! Ich komm zu dir, ja! Mama! Schnell heilen, Onkel! Hilf mir! Ich hab nen Knibbel, Mann! Hilf mir! Ich sperre! Onkel, heim mich! Sonst sind wir gleich tot! Na, Schluss grad! Ja! Der Crazy ist auch tot! Danke! Oh! Ich komm, bin ich wieder da, ey! Also, ja, sehr schön! Wo ist Crazy! Crazy, komm zurück! Zum LKW! Grabe zu den hin! Nicht zu den Gegnern hin! Ich sterbe! Ja und, die kommen trotzdem zu mir gestorben! Komm zu mir gestorben! Ja, ich lieg hier! Ja, ich weiß nicht, wie ich dich holen soll, davon so ein Haufen Gegner! Crazy, bist du komplett hoch? Ja, die Zeit sind jetzt noch runter, ne? Noch 10 Sekunden! Warte, ich komm! Ich belebe dich! Oh, das dauert, das dauert, das dauert, das dauert! Oh, bitte, 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 komm! Komm, 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 komm! Oh, scheiße! Mann, eine Sekunde hat gefehlt! Nein, 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 nein! Ja, aber ich komme jetzt wieder, aber auch jetzt müssen wir durch die Gegner Massen durch, ne? Oder? Okay. 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 Ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht nur, hier durchzuhalten, sondern, äh, mal davor zu den Punkt dann auch vorzurücken, das ist das Problem. Ja, eben, das hat, das ist nicht so einfach. Ne, wir müssen uns durchkämpfen. Ich hab keine Munition mehr, Freunde. Mal wechseln die Waffe. Ja. Nehm Pistole. Ne, ist das weg. Ist auch nicht verkehrt, ja. Davon ist ein Medi, ich hoffe, das kriegt ihr auch, kriegt ihr auch Medi, wenn ich das einsammeln habe? Ja, ja, hier liegt alles rum, MediCAD, Granaten. Ne, Medis, äh, musst du eigentlich selber einsammeln. Nein, 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 nein. Oh, ich hab ihn auch schossen. Die sind nicht organisiert. Schlag zu. Oh, warte, hier liegt was. Hier liegt ein Medi, glaube ich, oder sowas. Okay, wir können vorregen. Hey, danke. Los, komm. Moment. Wir müssen auf Crazy warten, oder? Ne, nicht warten. Nicht warten, komm. Geht einfach weiter. Ja. Ich hab nur das Medi, äh, nur das MediCAD genommen. Warte mal, hier ist doch schon ein MediCAD genommen. Hier ist Loot, hier ist Loot, hier ist Loot, hier ist Loot. Wo? Ah, hier. Muni. Hier liegt was? Ah, bei mir nicht. Und hier vorne hast du Muni, ja. Wo? Das ist oben, das ist auf dem Dach. Ach, kommt man da aufs Dach? Da hat man die ganze Zeit aufs Dach abschießen können. Ja, guck, das ist hier, guck doch. Das ist genau hier. Onkel, wir müssen erstmal weiter, oder? Warte mal, bleib mal da hinten, warte. Komm gleich wieder. Du kannst nämlich hier hinten hoch aufs Dach. Glaub ich. Ne, doch nicht. Ne, da kommen wir bestimmt noch hoch. Denk ich mir auch. Können wir weiter gehen? Ah, Munition habe ich gefunden. Können wir weiter gehen, Kollege? Ja. Okay, jetzt müssen wir hier rein, oder? Parkhaus erreichen. Ach, hier. Ich weiß nicht, wo wir da hoch kommen. Doch, klar. Warte. Kommen wir hier vielleicht die Kartons hoch? Ne, kommst nicht hier hoch. Wir kommen schon da hoch. Mach dir mal keinen Kopf. Wir müssen jetzt ins Parkhaus. Okay. Wir sind schon mal weitergekommen. Ah, hier, Munitionskiste. Ganz schnell auffüllen alles. Okay, leider nur Munition drin. Keine Verbandskästchen oder so. Ne, das nicht, aber du kriegst. Ach, das ist alles hier drin, ne? Ja, ja, wir müssen ins Parkhaus. Seid ihr soweit? Ja, wir sind. Let's get ready to Parkhaus. Was? Ey, stopp. Immer hier zu das Parkhaus gehen. Stopp, 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 stopp. Komm zurück. Ja. Immer hier in das Parkhaus gehen. Würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Weil, 25 Minuten. Oh, okay. Stimmt. Ja, dann wird's da ziemlich spannend nächste Folge. Ja. Was uns im Parkhaus erwartet. Genau. Aber Crazy ist dran. Was? Du bist dran. Was? Ach so, ja, dann war's das für heute. Wir hören uns dann morgen wieder und bis dahin sag ich erstmal. Tschüss. Tschüss.